Attrape 1 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 22. Mai. Echt jetzt, wieso will keiner mitspielen? Obwohl es so krasse Preise gibt von krassen Plänen. Ja man, verstehst du auch nicht. Echt jetzt, wieso will keiner mitspielen? Obwohl es so krasse Preise von Ultimate Card gibt. Ja man, verstehst du auch nicht. Echt jetzt, wieso will keiner mitspielen? Obwohl es so krasse Preise gibt von Yu-Gi-Oh! Kartmarkt gibt. Ja man, verstehst du auch nicht. Echt jetzt, wieso will keiner mitspielen? Obwohl es nur mir komplett umsonst ist. Ja man, verstehst du auch nicht. Das Turnier ist eine Woche vor der DRM, das kann man doch perfekt handeln für eine Vorbereitung für die DRM, verstehe ich nicht. Ja man, verstehe ich es auch nicht. Umso besser. Dann bleiben ja die Preise bei uns. Servus Jungs, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Series Business.